die Sender eine Höhle noch drinnen um ja da muss ziemlich weit runter geht und der Kripper mich letzt gerade eben runtergeschlagen hat und ich rumschieden habe ich noch mal was als er ich habe 11 Fleisch und Wolle ich habe auch noch 3 ich habe auch 3 habe ich habe 11 oder 13 aber was so äh ich pass auf wenn du da ist ein Griefer alter leck mich doch das macht sich lieber gerne rohes Rindflasch darf ich essen ne ähm ne sonst wirst du vergiftet äh probier's äh ich bin nicht vergiftet passt voll wer kennt sich da nicht aus scheiße wo bin ich äh da geht's voll weit runter äh ja da bin ich auch runtergefallen alter das Lava du musst versuchen du musst ja ja du musst versuchen da ähm und äh unter dir da sind ein paar Felsvorsprünge und da musst du wundert dich so wundert um bleiben lassen alt in der Nahrung der Mann ja und da wenn wir in einem woche Fettkirche ein die Kurve für alle die da unten rumfliegen warte ich bin 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 wir sind auf so einen großen Waldstuhl gelaufen auf der alle das nicht so viele Berge bitte einmal machen wir das Jahr den Anfang das so ist unfair das war das Loch der sie ist es war nicht mal vor scheiß was ist denn das hier alles ich muss da ich muss da jetzt einmal ich kriegst und Panik ich musste jetzt einmal noch mal die Geräusche ein bisschen lauter stellen oder wenn er irgendwas hinter mir zischt das merke ich nicht in der Schriebe die Sommers an das Wort will ich ja nicht und manchmal ich habe so viel Kohle ich habe viel Kohle warte mal also jetzt halt David was spinnend! was muss man Schwerd hier bereitstellen alter oh ich hab ne Fackel hoch ey wir müssen jetzt auch passen wir haben dann schon gefunden ne wir wir haben dann schon gefunden aber ich bin da ist es ein Schlüssel ist das sieht so aus weil ich es jetzt will der ist wirklich so weil es ist auch nicht so das kann ich so glaube ich abbaute ich bin ich brauche abschne nicht wenn es eben kaputt geht weil ich habe da drauf ich habe ja auch noch Eisen Eisenkohle ah und da ich geh zum Lava ich höre es so komisch hier gibt David! warum schlage ich mit dem Holzschwert? nein egal trotzdem danke fürs Gehirn würde mir bestimmt schmecken ich habe nur noch gar keine weil du bist ja irgendwie schon mehr durch die Wand ich bin der Lauf von der ich bin der Lauf von der Lauf von der Lauf links rum war ein hier bist du Masse da ja ein mann das ist ab erläutert dass er oft nach unten da er aber ohne mich aufmachen da kommt man auch machen Aron Schönen von mir er hat schon zehn Rechten ich schaue mal oben ob da was kommt er ist etwas Goldenes nicht auf ihm noch nicht auf ihm im Raum der alten Schwerter ich habe dramatische Musiker von Alter das einmal ich muss mich erst mal zurück finden ich hier haben jetzt das ist es wollte es die bei mir sind es so goldene Schlüssel der ja das liegt am Text auf der Kette es ist es ist ein schöner ja ja das kleine Scheißen nicht ich wollte wie gesagt ein Ofenbauer aber da kam ein Scheiß-Tombier der Zwischenleiter Prozent so ich war angegriffen auch was sie da war ein Flogen alter was für sie sind die Welt ist ein Verlob ein Wettkund der hoch und Kohle kommt scheitere Riesenlohn ja ich bin einmal kurz 2 verarschen oder so nein wohl so ist weiter bei den Wüsten dort hierbei ganz nahm war da und meint kommt aber ich finde die wichtigste bis zu weit unten xp bei sich kommerschein mit einer Wissen der Kader aus holen ich habe Angst dass irgendwas kommt und mich in die Lava runterschmeißen es wird Kader wurde und heute gibt es irgendwas ist und die Lava zwar ist nach Spaß für 8 es war ein Zorn der Säure bekommen haben Schöner Gold wo sind die Diamanten die sind weiter unten okay viel weiter Prozent wir haben ein Mann und Brotten alten Spitze dafür Auff es sei das Lava zu machen mehr werden der Leber wäre auch immer man sich nicht okay das ist es könnte nicht fatal werden ein März ich noch mal war es so das sind ohne mir ist er noch ein paar eisenbarren scheiße hast du noch was noch um holzseiten hier schuld hast du holz er wird ich bin er wird und was und kann ich bin er froh er schon mal wohne aber auch alles weg dankeschön aber auch noch er wollte das wollen ab dem Jahr doch nicht gefährden was sind wenn wir müssen jetzt macht weil ich ihm ist was fressen der ich habe was ja und ich brauche Holz und dieses Mal wichtig und gehen egal danke ja 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 ich hab wenn er noch kein Metzger oder so wird er mich doch holz ja wenn ich lieber mehr mitgenommen also einer Männer von nichts zu lassen ändern wenn ich anschauen und kommen zu dir der macht ziemlich viel Schaddamage YOLO YOLO da bist du gleich ich schau mal an hast du wohl ein Digger wirklich nicht und mehr nur stein muslimatisiert und wie vor Ort und er verfolgt er verfolgt musik muss ich keine Ahnung die Elbe aber mal wissen wir davon zu mehreren und von oben wie gesagt ich natürlich aber wo gibt es in der Langsamung und der er hat man hat immer gekauft ich habe noch drei Herzen das ist mal was Alter wenn man Spinnen und alle alt oder ist er das da kommt immer zu müssen da hier oben hast du noch Fackel hast du eine Fackel ähm, weil ich hab ne Spinne beseitigt ja, hab ich warte hier da stehen, liegst du ich hab die Frage nicht gepärbt die Liga und der Ehe gefangen aber ja stimmt was mit aufgrund ich habe sehr viele Fackeln achten wir kommen wieder ein Zombie aller wo sind denn wir gelandet da wusste Diamanten 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 aber da kann man nicht hin weil wir natürlich kein Eisen haben kein Eisenschwert haben alter ist ja irgendwo kein Eisen doch doch Eisen hab ich ja aber ich brauch Holz soll ich irgendwie hochgehen werden ich habe ein Eichholzbretter aber ich habe nur eins aber nur aber irgendwie brauchen wir die Stelle hier alter oder mal ich brauche mich mal schnell hoch müssen lassen Lava Randa kommt die Welt hochjab ich hab's auch für dich getan solche Warten wenn mir und mit Scheiße buchten spitzhaft okay ich hoffe es reicht bis nach oben und immer ein paar mal natürlich was aber eigentlich ist er die Kaffee nur Prozent und es ist es wird schon reichen also 25 ja das reicht so ist er versuch ich mal hochzukommen dann baue ich ja mal weiter schön ab okay da ist irgendwas ich bin dann auch irgendwas gestoßen ich bin irgendwo gerade in Nürnberg ich versuche mich noch mal hoch zu kämpfen bleiben da aber ich habe ja alles recht orientieren und doch an was dann nicht die Diamanten an die ich sterbe in der Oberkarte ich wurde fast vom Kies erschlagen Kies ja da wäre schon wieder und mit Kies runter und dann kann ich nicht mehr gescheit hoch gehen weil natürlich die Kies sich zum Stabler hat und alle die Pilze essen wenn die Pisse kann man es mehr wird daraus kann man sagen was er wird das ist das ist über die Worte bei uns um es ist so dunkel hier drin das ist der Wahnsinn ich bin fast oben Alter ich bin irgendwie das volle große Raum David äh nicht rein, das Endpostraum Endpostraum ist das mal aufpassen ja Endpost oh ich muss hier schnell meine Treppe wegbrauchen war ein Scherz was halt so das ist einfach ein Scheiß Fick, großer Raum, keine Ahnung da ist auch kein Endpost und er war's, dass mir wenn es war, mal ab ich ja ich wurde oh das ist sicher auch was alles ich bin bei mir zehn kleines Haus und sie zieht mit damit ausbauen, das ist ja Wahnsinn ich war mir kurz ein Haus was ich bin ja ich hab Angst alleine ich bin doch gleich gut ich muss halt nur noch irgendwie rauskommen mir geht alles aus bei mir ich nur nicht rum ich hab voll die tragische Musikalter ja bei mir ist es so mehr Action geladen ich kann es bei mir auch immer einstellen wie ich es haben möchte also ich muss jetzt nicht drauf achten was es hat lauter ist und was nicht ich glaube ich komme in irgendein Scheißberg raus das sehe ich jetzt schon weil das geht unendlich weit hoch natürlich komm ich halt nicht komm Erde Erde ja Checkpoint wo es ist sie draußen wenn es sind fast ich höre ich ja was laufen hast bloß auf doch nicht und gelät wo es lieb mich vorliegenden wegrennen Geronimo 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 mein Haus ist gleich fertig mitten in Sonn was er sich alder unter der Erde hier war er bei einem Gold abgebaut ich bin jetzt am Holzfrauen die mit Deckung lach lach hier ist noch mehr Gold doch warum soll ich damit Holzfüster und dass ich noch auf Stein nicht um n nimm mal dritte ich kann ich natürlich nicht warum kann ich wie ich sollte es sonst abbauen klar damit um wo habe ich Glück hatte ich habe hier ein Lavaloch aufgemacht da kann ich finde nirgendwo nirgendwo alter Schwede hatte ich gerade ein Schiss ich muss jetzt unbedingt mein Haus ja fertig kriegen und das Loch wieder zu stopfen alles wäre fast hier was weiß ich alder nicht an mein Haus rumfuchte näher aus dem Messler war ja kein Problem auch schon mal gute Idee eigentlich kann ich ne dann Scherbächer nirgendwo 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 was ist das was ist das mir schlagt irgendwas oh ja schlag mir kam schlag mir kam oh ja komm oh ja komm nicht zu tief nicht zu tief ah ja komm her ich hab ich mein Holz verloren ich bau dir